Bithynien war zunächst eine antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinz im nordwestlichen Kleinasien. In Bithynien waren die thrakischen Stämme der Thynier und Bethane angesiedelt. Geografie Bithynien wird gegen Westen und Norden vom Marmarameer und dem Pontus Juxinus gegen Süden vom Olympus bei etwa 40 Grad n. BR, begrenzt. Gegen Osten trennt es der Patinius von Pavlagonin im Süden sind die anstoßenden Länder Galatin, Phrygien und Mysien. Das Land ist im Osten und Süden von waldreichen Gebirgen geprägt, die niedrigere und von fruchtbaren Tälern durchschnittene Westhälfte enthält. Einige große Landsäen, wie den Askanischen See bei Nikea und den Athenischen See an dem Apollonia liegt. Hier im Westen schneiden auch zwei Meerbusen tief ins Festland ein, der von Astakos und der von Chios. Größter Fluss ist der Sangirius, außerdem der Bileus in der Osthälfte. Städte Calchedon Helenopolis Nicomedia Nikea Prusa Prusias et Hypium Geschichte Die politische Bildung Bithyniens erfolgte um 430 v. CHR Unter Duidalsis der ein Dünastengeschlecht gründete. Gegen die persischen Satrapen konnte das Land seine Unabhängigkeit behaupten. Den Satrapen Alexanders des Großen Kalasch konnte der bithynische Dünast BAS 338 v. CHR Abwehren Antigonus Monophtamus hielt die Expansions Bestrebungen seines Sohnes und Nachfolgers Sepoites gegenüber den griechischen Städten dieses Gebietes. Auf Sepoites stellte Geiseln und scheint mit Antigonus verbündet gewesen zu sein. Wie stark die Abhängigkeit von diesem war, ist in der Forschung umstritten. In der Folgezeit konnte sich Sepoites gegen Lysimachus und zwei seiner Generäle behaupten. Einen Sieg über diesen nahm er wohl im Herbst 297 v. CHR Zum Anlass den Königstitel anzunehmen. Kurz nach der Schlacht von Choropidien starb Sepoites. Sein Sohn und Nachfolger Nicomedici setzte die Politik seines Vaters fort, sich der jeweiligen politischen Großwetterlage anpassend, territoriale Gewinne anzustreben. Er kämpfte mit Glück gegen Antiochus I. Sotha verbündete sich 277 v. CHR Der letzte König, Nicomedes IV., wurde von Mithridates VI., von Pontus zweimal vertrieben, von den Römern aber jeweils neu eingesetzt. Bei seinem Tod 74 v. CHR Vermachte er sein Reich den Römern, die es auch unter Lucius Licinius Luculus gegen Mithridates behaupteten. Bethdynia wird römische Provinz. Die Hauptstadt bleibt Nicomedia und bildet zunächst mit der Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. CHR Wird die Doppelprovinz Bethdynia e Pontus eingerichtet. Bethdynia ist von 27 v. CHR bis unter Marc Aurel fast durchgehend senatorische Provinz. Kaiserlich ist die Provinz mehrfach unter Claudius und Nero. Auch als Plinius der Jüngere hier 109 zu 111 unter drei Jahren Legat ist, steht es offenbar unter direkter kaiserlicher Verwaltung. Außerordentliche Berühmtheit erlangte der Brief, in dem Plinius anfragt, wie mit dem in Bethdynien wie eine Krankheit verbreiteten Christentum zu verfahren sei. Nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses bösen Aberglaubens ausgebreitet. Bereits aus dem Anschreiben des 1. Petrusbriefes hat man auf eine Anwesenheit des Apostels in den 40er Jahren des 1. Jahrhundert schließen wollen, die aber historisch nicht nachweisbar ist. Bei der Provinzreform des Kaisers Diokletian 295 wurde sie in die Provinzen Bethdynia, Paflagonia und Dierspontus geteilt. Dadurch war Bethdynien schon im byzantinischen Reich keine administrative Einheit mehr und wurde bei der Provinzreform im 7. Jahrhundert dem Thema von Obseikion zugeteilt. Später noch einmal zwischen diesem und dem Thema Obtheimatoi geteilt. 1074 zu 1097 war das Land im Besitz der Seltschuken, bis die Ritter des ersten Kreuzzugs das Land für das byzantinische Reich zurückeroberten. Während der Dauer des lateinischen Kaisertums in Konstantinopel war Neikea in Bethdynien Sitz des griechischen Kaisers. Nach 1298 unternahm der osmanische Sultan Osmani mehrere Plünderungszüge nach Bethdynien. Sein Sieg über eine byzantinische Streitmacht in der Schlacht von Bafois leitete die osmanische in Besitznahme dieser Region ein. 1326 wurde das eroberte Prusa schließlich Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Liste der Herrscher Bethyniens Dynastendoidalsis Boteiras B.A.S. Könige Sippeutes Nicomedes I. Ciaelas Prusias I. Prusias II Nicomedes II Epiphanes Nicomedes III Euergetes Nicomedes IV Philopator Römische Zeit Ausgewählte römische Prokonsulen, Prokuratoren und Legaten Persönlichkeiten Asklepiades von Bethynien Griechischer Arzt und Philosoph Vielen Dank.